und damit ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von netto wir sind wieder auf dem weg aber wir müssen mal eben warte mal müssen gucken wo sind wir oder was wo wir sind oder was wollen wir gucken oh scheiße ja jetzt sehe ich es auch das mikro steht im weg weißt du das mikro steht im weg ja da sehe ich das nicht so wir müssen jetzt dringend mal eben was essen schwarz hat man ein stück so schmerz doch bitte nicht so Entschuldigung ich werde es nicht mehr tun ich werde das ganz weise in Zukunft machen zu selbst machen wo müssen wir hin die Richtung ist glaube ich die Richtung ist nicht verkehrt das ist am Arsch da waren wir auch noch nicht ne Humboldt Park ja dann wollen wir mal gucken was hier heute so auf uns wartet ne ja also wir müssen auf jeden Fall dringend in die Safe Zone wäre nicht verkehrt dann können wir ein bisschen was ja da sind wir noch ein bisschen entfernt von ja wir sind so weit sind wir leider noch nicht aber ne aber nah dran ne bloß nicht sterben das ist die Prämisse ja zumindest haben wir uns das vorgenommen ob wir schaffen man weiß es nicht wir werden sehen genau wir werden sehen oh da ist schon was ja das sieht gut aus gefällt mir aber mir auch ja mach doch mal mach doch mal komm jetzt was haben wir denn jetzt gekriegt keine Ahnung die Kiep-Mark gibt was waren das hier macht die ziel das ist gut nicht so spaktakulär ist das jetzt nicht nicht so gut und da ist das wirklich jetzt dieser bald ging es dann und müssen mir Ich habe gerade jetzt auf den Chat geguckt, Entschuldigung. I'm sorry. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass wir am Arsch der Welt gesponsert sind. Ja, da kann man schon mal wieder ein bisschen einsammeln. Oh, schön. Oh, geil. Und Wasser. Und Maschinengewicht. Oh, du hast Wasser. Oh, wir haben ganz viele Teile. Guck mal hier. Jetzt müssen wir nur noch lebend in die Safe Sohn kommen. Jetzt beschrei es bitte mal nicht. So ein bisschen rechts halten. Genau. Leicht rechts halten und dann tun wir uns da durch. Genau, die Richtung ist gar nicht verkehrt. Guck mal. Ja, genau. Und dann leicht links. Und dann kommen wir zum Tower Outpost. Apropos Tower Outpost. Ja. Da müssen wir mal kicken. Wir wollten uns was kaufen, ne? Ja, wir wollten uns was kaufen. Ja. Das stimmt. Mhm. Mhm. Du Lockout. Mhm. Süß, ne? Thanks for game. Ja, obwohl ich meine, wenn man einen Mitspieler gefunden hat, mit dem man gut harmoniert, ne? Ja, dann ist das super. Ja, auf jeden Fall. Du kommst weit und... Ja, das macht halt eben auch noch mehr Spaß, ne? Ja. Was ist jetzt da hoch? Na, hier drunter kommt sie nicht. Nee, da ist auch kein Eingang irgendwie. Sorry. Was ist denn das? Ach, ein Auto! Ja. So, mal gucken, was wir hier noch finden. Also auf der anderen Seite. Aha! Oh, ein Eastward! Das ist gut. Ein Shotgun Frame. Das haben wir schon mal gehabt, ne? Ja, das haben wir schon mal gehabt. Doch, ne? Das war's, meine ich. Ja, das war das. Alter Schwede, wir müssen Sachen loswerden. Das ist 330, das nehmen wir jetzt mal. Ja. Also nicht loswerden im Sinne von, ne? Oh, scheiße! Ksch, 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 ksch. Okay. Wo müssen wir hin? Ja, weiter müssen da. Wir müssen genau in diese Richtung. Ich weiß aber nicht, ob das ein Schreier ist oder nicht. Wir werden sehen. Wir werden. Mal kaputt. Ja, ich muss nah genug drankommen, sonst geht das nicht. Ja, ja, weiß ich. Wir werden uns da nicht entsehen. er macht nichts. once minus. Vorsicht. Wow. Das ist Assistentfeier hier. Und tot ist war jetzt auch. Du durgḿ duггляkt, du du qu记st, du du tahl toen 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 toen. Da freu ich mich. Hm? Hunter Rips. So, jetzt mal gucken, welche Richtung. Rips, er bitternessiert." Wir müssen rechts rum. Wir hätten so oder so an dem vorbeigemusst. Das ist das Outbooster? Nee, eigentlich noch ein Stück weiter. Aber da oben leuchtet es. Ich glaube, da ist was drauf. Du solltest vielleicht die Treppe benutzen. Haben wir noch genug Platz? Ich weiß es nicht. Da hinten, da siehst du. Wir können nicht durch Wasser. Ach nee, ich kann mal nicht wegen dem Wasser. Ja, wir können schon, aber da verlieren wir Energie. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, nee, lasst mal. Jetzt weißt du auch, was das nette Monsterchen da gesucht hat. Kingkiller, sent you a group in white? Kingkiller? Mhm. Let's have a look at. Ja, gucken wir mal ein. Wer ist ein Kingkiller? Aha, okay, nehmen wir mal an. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Ach, die, was du schweißt. Auf der alten Karte. Kommen wir da hoch? Oh ja. Vorsicht! Scheiße. Ja, die tummeln sich da jetzt, ne? Ja, wir kämpfen. Vorm Auto-Rust. Ja. Bist du sicher, dass wir kämpfen? Ist nicht schlimm, wenn nicht. Ne, ich gehe jetzt ins Risiko jetzt mal nicht ein. Okay. Boah. Du kleiner Spastier. I send the rest of you guys an invite, so we don't, was? Keine Ahnung. Guck mal. So we don't shoot fellow tribe members. Ne. Gegenseitig sollten wir uns nicht erschießen, das ist richtig. Ja, ich gehe jetzt mal zu, jetzt ist ja gut. Gut, dann würde ich mal sagen, Global Inventory, wir kommen. Wir müssen ein bisschen was loswerden. Ja, jetzt geht es los. Und wir wollen nicht nur was loswerden, ne? Ne. Das hatte ich ja bereits erwähnt. Oh, da hinten ist ein Fliegel. Ja, ein Flottermann. Hast du gesehen? Ein kleines Bokoloch. Ein fliegendes Arschloch. Ein fliegendes Arschloch. Super. So, hier können wir uns... Noch ein weiter hoch. Boah, guck mal, wir können uns was Schönes bauen. Wir können uns einmal hier bauen. Was ist denn das? Okay. Ach, wir können beides machen. Wir können beides machen. Ich dachte, wir können nur das eine oder das andere. Wir können nur Craft. Ne? Ah, haben wir. Ja, ich glaube, das war's. Okay. Wow, was haben wir denn jetzt? Jetzt nehmen wir mal. Was, wird dunkel oder was? Nein. Wow, guck mal, hier ein. Weil, weil nicht den Teufel an die Wand. Jetzt haben wir aber richtig Bumsi-Bumsi. Ja, wir müssen mal gucken, was wir dafür brauchen, ne? Und hier haben wir nochmal eine Brown 50. Wir haben zweimal derselbe. Wie geil ist das denn? Okay, ab nach oben. Ja, wir haben aber null Schuss hierfür. Ja. Müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Old Future Send Your Dings Bums. Odd, nicht old. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Wo ist er denn? Ja, schlimm. Ah, der hier. Ach, accept. Accept, klatsch. Wo ist denn der? Ah, hier ist auch einer in der Safe Zone von uns. Ach, klar. Diesel Jack hat, has joined the group. Sup, guys. Oh, ist er denn? Ah, da ist er. Da ist er. Hallo. Was? Willst du pick up flashlight? Nee, wir wollen hier flashlight. Such a. Hey, all. mal gucken kann man den verstehen nicht wirklich funktioniert gerade nicht so dann wollen wir mal gucken dass wir hier was weg packen das geht doch nur mit den leuten die in deiner gruppe beziehungsweise wir haben noch jede menge waffenteile das tun wir auch mal weg so was haben wir denn noch das mit dem rucksack welche größe ist das das ist ein großer dann haben wir schon großen an sollten wir auch verstauen was haben wir noch was können wir denn noch ja weiß ich nicht was sind wir die ganzen teilen da hier genau das blut die zunge und hast du nicht gesehen magnum barrel die machete verkaufe ich ja mal gucken was wir für kriegen 10 dollar ist ja jetzt nicht der rede wert nicht die welt so hier die teile tun wir auch mal weg so die granatos tun wir auch mal weg so mehr kraften ging ja nicht also so viel haben wir echt noch nie gehabt ne also wir haben richtig gut aufge aufgeholt da oben die klamotten also scroll mal hoch genau die zunge das blut und hast du nicht gesehen da brauchen wir noch alles gar nicht jetzt nicht da können wir hinter uns was draus bauen ja ja das ist schon richtig aber jetzt erstmal wenn du genug davon zusammen hast du musst ja so und so viel von jedem haben das tun wir auch mal weg so dann gucken wir jetzt mal was hat er denn für uns wir haben hierfür keine munition für die tfc special ranged das ist das doch hier oder nicht ja das ist das haben wir genügend kohle ausnahmsweise mal wir haben unsere mitspieler ganz fleißig ja wir wollten uns ja überlegt doch mal 723 minus 250 da bleibt uns immer noch genug ne ne die will ich ja nicht kaufen die haben wir ja noch in unserem dings hier ach so die haben wir noch global inventory da haben wir noch 35 schuss ja dann pack mal ein zack hier haben wir noch zwei supi waffen ja dann guck mal was du kaufen wolltest store sollst du noch mal gucken nach unten wo ist er denn wo ist er denn hallo wo ist er denn wo ist er denn da ist er den wollten wir uns kaufen damit wir mal eine runde fliegen können genau vom tower weg wo ist er denn jetzt wo ist er denn jetzt how to use was guck mal wir haben auf einmal 977 cash wo ist denn die kohle hier haben bestimmt unsere mitspieler wieder irgendwas oh wir haben zwei flieger äh wie sollen wir zwei äh ich hab zwei gekauft aus versehen schau ach so ach so den musst du hier einsetzen ach so wir tun den auf vier zack und den einen tun wir bei uns ins global inventory warte dann haben wir äh da oben da oben da oben passt es passt auch noch was hin genau das finde ich jetzt warum haben wir zwei den kannst du nicht verkaufen warte mal place the wing glider in a quick slot to equip it you need to be in the air before using you cannot activate on the ground stear the glider wirst du kannst ihn damit steuern ok jetzt gucken wir mal was brauchen wir denn hier für ammo type 50 kaliber magnum wirst du nicht irgendwie noch gucken wegen armschützer und so blödsinn wir brauchen muni was gehört 20 schuss maske armschützer nee die sind zu teuer die kannst du nicht bezahlen nee hier kannst du auch wenn ich hier raus gehe kannst du das sehen laufen wir wie arme kirchenmäuse weiter rum ja guck mal hier da kostet richtig kohle guck mal was für einen geilen rucksack du da kriegst 750 1500 military backpack krass da passt richtig was rein und hier die masken kannst du eigentlich bezahlen ok die masken muss man ja jetzt noch nicht haben aber ich dachte nur hier so die die armschoner für damit du gegen deine was war mit kingkiller der hat uns noch mal eine dings gesendet noch mal so jetzt sind wir hier wie oft denn noch nein was mache ich denn wieder ich drücke wieder auf den falschen knopf rum ist immer noch da da ja komm so jetzt können wir hier mal ein bisschen nachladen 12 schuss und hier können wir auch nachladen und hier können wir auch nachladen ok dann sollten wir jetzt mal gucken wo sind die anderen wo die sind die sind irgendwie dran die sind irgendwie dran die wollen sich sammeln ja die sind alle da hinten das schaffen wir nicht ne da habe ich auch ehrlich gesagt gar keine lust zu ich weiß es nicht keine ahnung willst du todesmutig ausprobieren? Oh, da liegt noch was. Die können wir ja gar nicht gebrauchen. Irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl, dass er irgendwas möchte. Was mache ich denn da? Da wollen wir ihm mal was schreiben. Wie heißt denn der? Zinro, ne? Zinro, genau. Dass der irgendwas möchte, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich meine, er ist ja auch ein Stalker, ne? Ja. Aber er hat auch gesehen, was wir für Klamotten haben. Nicht, dass er darauf läuert. Hi. Okay. What do you want? Okay. Komm, schrei mal. Lade ihn doch mal ein. In die Gruppe. Der ist doch schon in der Gruppe. Okay. Okay. Dann macht er auch winke, winke. How do I use voice chat? Mit B, ne? Yes. Press B, I think. Yes. Das ist okay. Dieseljack mal schneller. Wir machen mal wieder mal Blödsinn. Okay, komm. Okay. Lass uns mal loszappeln. Vielleicht nehmen wir einfach mal einen Ginro mit und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja komm, wir können ihn ja mal fragen, wo er hin will. Oh, please evacuate the area. Safe, safe. Was? Ist das unsere? Ja, ich glaube wir sollten die gleich abhauen. Nein. Guck mal bitte auf die Möp. Ist das unsere? Nein. Dann habe ich draußen was gehört. Also er sagt nix mehr hier irgendwie. Und gucken wir mal, was wir hier noch kriegen vielleicht. Wir können nichts mehr craften. Ne, wir haben ja nichts mehr dabei. Ne, zum Craften reichen die Klamotten nicht mehr, die haben wir ins Global Inventory. Da, I didn't log in this game from new map edit, so I will go in another outpost. Aha, ja dann, wo ist denn das nächste Outpost von der neuen map? Warte auf, ich frage ihn mal. Should we go together? Haben wir den schon eingeladen? Ne, ne? Ja, das meinte ich ja vorhin. Obwohl die sind alles irgendwie... Na dann, first join the group. Okay. Was? Da oben? Mhm. Okay, dann lass uns mal loslatschen. Geh einfach vor. So, guck mal. 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 Ah, warte. So, guck mal. So, du hast dein Geistesgestörter. So, guck mal. So, guck mal. So, guck mal. So, wenn doch, dann kriegen wir dich, mein Freund. Ja, wir wissen, wie du heißt. Wir wissen, wie du heißt, genau. Und dann kriegst du den Arsch voll, mein Freund. Jetzt gucken wir mal. Dann gehen wir jetzt, wo ist denn die nächste? Nach oben. Wir müssten eigentlich hinter uns auf die Bahn. Bier rum? Nee, nee, du musst da schon außen rum. Nee, wir können doch da hinten raus gehen. Ja? Da auf die Bahn und dann hoch. Ja, ja. Oh, ich muss mir was trinken. Oh, ja. Schicks. Jetzt haben wir nichts mehr zu trinken, oder? Nee, nicht wirklich. Wir können doch hier hinten raus. Sicher? Ja, da. Okay. Ja. Okay. Da müssen wir jetzt nur aufpassen. Let's check subway. Pain pills hier. Irgendwo war doch der Flattermann, ne? Mhm. Aber hier nicht. Da ist er. Oh, da vorne. Mhm. So ein großer. So ein Gorilla. So ein Gorilla. Solange das der einzige ist. Da zieht sich der Sack der Feige. Ah, ich wollte schon grad sagen. Er hat mit drauf geballert. Ich geb ihm auch mal was ab. Ja. Sammel ein. Will er nicht? Keine Ahnung, ne, will er nicht. Take. Okay. Eierkopf. Okay. Thanks. THX reicht. Geht schneller. Wir gucken, sind wir auf dem richtigen Weg, ne? Mhm, genau. Wir müssten uns eigentlich immer geradeaus und dann gleich zum Ende hin rechts halten. So, wir müssen mal eben bisschen nachladen. Äh, macht er nicht. Ach, haben wir schon mitgemacht. Aha. So, dann gucken wir mal, was hier so anbar ist. Wir müssten nicht richtig sein, ne? Na, nicht ganz ein bisschen weiter links. Da, Richtung Eisenbahn. Oder was auch immer. Jo, da können wir dann auch noch was vielleicht. Ach, guck mal da. Mal gucken, ob wir dafür einen Schlüssel brauchen. Ansonsten hat vielleicht der Kollege was. Wow. Painfuls haben wir. Brauchen wir nicht. Wo ist er? Wow. Nicht schlecht. Da ist er. Ach, der hat da das Ding geöffnet. Wow. Krasse Scheiße. Okay. 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 특ứng, auch immer. Weißen ist ein bisschen. Ja, wir sollten weiter. Wir sollten weiter. Ja, wir sollten weiter. Wir sind bald in der Section. Muss ich weiter da halten. Rechts, ne? Ne, noch nicht ganz. Ah, wir sind fast da. Wir müssen dann rechts rüber. Sind wir doch schon so weit? Hätte ich jetzt nicht gemacht. Mal gucken, ob wir das schaffen. Also wir sind auf einem guten Weg. Ja. Dann gucken wir mal bis zum nächsten und dann mal schauen, dass wir unseren Flieger mal ausprobieren, ne? Ja, den müssen wir dringend mal ausprobieren. Auf vier hast du den gelegt. Dann müssen wir gucken, wo sind wir. Oh, wir sind vom Weg abgekommen. Wir müssen da rüber. Okay. Okay. Oh, no. seine beute gut dass wir die schwere waffe mitgenommen er und scheiße ist aber noch nicht die oder wir müssen hier rüber ich will aber nicht evakuieren da könntest du doch von links da rein oder nicht wir müssen irgendwo hier rüber um darum ja okay kann er probieren so wenn man mit mehreren mann dran ist dann geht das schneller ne warte doch wo drauf ja wieso ähm naja ist egal nach rechts nach da müssen wir ja ich dachte ihr wollt das einnehmen vielleicht ne wir wollten eigentlich in die safe zone ja ich meine ja nur wenn man einmal da ist kann man das auch einnehmen so wie sich das so generell vom spiel her entwickelt hat gefällt mir das sehr gut dass die sich viel mehr miteinander unterhalten oder zumindest generell kommunizieren und und um dass der zusammenhalt ja das ist gestärkt wird dass die diese gruppen da halt eben gemacht haben das gefällt mir persönlich sehr gut es kommt nach wie vor immer noch um ab und an vor dass da halt eben ein sniper irgendwo sitzt aber das hast du in jedem spiel denke ich das hast du in jedem spiel auf jeden fall haben wir die nächste safe zone gebraucht geschafft geschafft genau wow das war cool ein bisschen gekämpft aufgelevelt genau dann wollen wir uns mal von unserem kumpel da verabschieden ja hier können wir glaube ich nichts machen ne dafür haben wir nicht wow alter schwede komm wir gucken wir eben ob wir hier noch was machen können ja das stimmt wir haben erstmal genug vielleicht ein bisschen ammo ein bisschen ammo kaufen ja das wäre nicht richtig viel kohle haben wir denn überhaupt 477 nur noch 477 nur noch früher wären wir froh gewesen so viel zu haben ne ja aber hallo wir haben zweimal pillen dabei ja trotzdem würde ich jetzt mal sagen verabschieden wir uns von unserem guten freund jimmo ja das machen wir jetzt auch und wir haben noch zwei state points zu vergeben wow so kopfschuss alter und dann würde ich auch sagen wir gehen jetzt mal raus genau und das geht gerade nicht so na so und dann schreiben wir immer eben heft wii we f wii er denkt wahrscheinlich auch du bist ne Prinzessin wenn du wii schreibst wii 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 Geil, aber noch eins. Die hiked. Mein Inventor ist schon voll. Wow. Wow. Schrammirem? Jetzt wird es nicht geschrieben. Was hast du vor? Ja, nichts. Damit wären wir raus aus dem Spiel, würde ich einfach sagen. Wir haben heute lange aufgenommen. Ja, allerdings. Log out now? Wer fragt dich gerade, ob du dich auslogst? Ja, see you. Yes, see you. Okay, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. War eine geile Folge. Hat einen großen Spaß gemacht. Könnten wir nochmal winke winke machen. Genau, das können wir gleich nochmal machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.